Ich rate Ihnen, bei Personenschäden und hohen Sachschäden immer die Polizei zu rufen. Gleiches gilt bei mehreren Unfallfahrzeugen, unklare Haftung und Streitigkeiten mit dem Unfallgegner vor Ort. Ist der Unfallgegner alkoholisiert oder haben Sie den Eindruck, er hat Drogen konsumiert? Immer die Polizei hinzuziehen. Wenn der Unfallgegner sich nicht ausweisen kann, Polizei. Sollten Sie mit einem Leasing- oder Mietfahrzeug unterwegs sein oder bei Unfällen mit einem im Ausland zugelassenen Kfz, rufen Sie die Polizei. Sie erhalten einen Unfallbericht, Zeugendaten werden aufgenommen, Kollisionsspuren gesichert, die Polizei fertigt eine Zeichnung mit Stellung der Fahrzeuge an. Das erleichtert die Durchsetzung Ihrer Ansprüche und man vergisst in der Aufregung, nicht wichtige Daten zu notieren. Bei kleineren Blechschäden und eindeutiger Haftungslage kann man darüber nachdenken, nicht die Polizei zu rufen. Es kommt auch vor, dass die Polizei bei kleinen Schäden nicht zum Unfallort kommt, sondern Sie die Aussage bekommen, regeln Sie das bitte selber. Ohne polizeiliche Aufnahme sollten Sie zur Beweissicherung auf jeden Fall Fotos von den Fahrzeugen mit Nummernschild, dem Ausweis und der Fahrerlaubnis des Unfallgegners machen. Sind Zeugen vorhanden, notieren Sie deren Daten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017